Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo meine Freunde, wir sind auf dem Let's Trade Massive Account, aber nicht weil wir jetzt hier irgendwie Let's Traden wollen oder so. Ich kann euch vielleicht mal, ne ich zeige euch nicht den Stand. Ihr seht ja schon 7 von 16 sind verkauft. Aber wie gesagt, es soll jetzt nicht um die Let's Trade Massive gehen, sondern wollen wir... Sondern wollen wir... Nein. Also wir wollen heute ein paar Teams bewerten, weil das haben wir jetzt neulich ja mal gemacht. Ich meine, es ist immer noch vor dem Team of the Year. Das heißt, es sind wahrscheinlich schon eher so die günstigen Teams. Erst hatte ich vor, heute Abend eine Runde nochmal mit Ibra und Ronaldo zu spielen. Dann habe ich mir gedacht, nö, wir machen mal ein bisschen Teambewertung. Und ich habe vorhin, wo ich hier drauf war, da war der erste Giftschlag und ich wollte dann nach hinten gehen. So, also ab dem Enzo und jetzt nach links dann immer, weil dann bin ich mir relativ sicher, dass wir die noch nicht hatten. Er hat jetzt Dragons, dann Mlajo oder sowas. Okay, er hat zwei Teams. Und dann gucken wir doch einfach mal rein. Und er hat hier im ersten Team ein Hybrid. Hybrid. Ja, ein Hybrid. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Da haben wir einmal hier links Nigel, vorne dann natürlich Eddie Johnson. ZOM, Fernandinho in Form. Dann Vanyama und Ramirez. Rechts ist dann noch Kelvin. Dann haben wir hier Danilo, heißt er, ne? Ja, Danilo. Dann David Luiz. Okore, ne? Ach, da steht's ja. Ja, Okore. Und er hier ist der Shaw. Und im Tor dann noch Peter Tschech. Ja, sieht ganz hübsch aus, ne? Gucken wir mal rauf, was da so für Quoten anliegen. 30, 32, 6. Das geht klar. Und noch 8, 3. Der Nigel, 29, 6, 5. Und der, na, der nicht, sondern der Kelvin. 25, 7, 8. Ja, geht auch klar. Ja, gefällt mir ganz gut das Team. Sind 3 Ligen, müssten 3 Ligen sein, ja. 3 Ligen und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nationen, glaube ich. Oder 7. Ich glaube 6. 6 müssten es sein. Naja, könnt ihr ja selber nochmal nachzählen. Sieht ganz hübsch aus auf jeden Fall. Und ist ja auch in meiner neuen, in Anführungszeichen, Lieblingsformation erstellt. Deswegen würden vielleicht sogar wir mit klarkommen, mit diesem Team. So, dann gucken wir uns als zweites Mal Mlajo an oder sowas in die Richtung. Und da haben wir wieder einen Hybrid. Auch wieder mit Eddie Johnson und Nigel. Das ist doch Nigel, oder? Ja, gut. Und dazu haben wir noch Moritz Leitner, Mlappa Cruz, Robby Cruz. Dann noch Boca, Prux und Ho. Und dazu noch Diekmeier rechts. Und wie heißt er nochmal hier? Johnson, genau, links. Und im Tor Militz. Sieht auch nicht schlecht aus. Der liebe Herr Leitner. 11 Spiele, 2 Tore, 7 Vorlagen. Mlappa, 11 Spiele, 10 Tore, 7 Vorlagen. Achso, den hatten wir ja schon. Da hat er keine verschiedene natürlich. Sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Mir wäre Boca wahrscheinlich ein bisschen zu clean. Und dazu noch diese Workrates. Das wäre nicht so ganz mein Ding. Ich meine, Boca ist, glaube ich, sogar wirklich ZDM. Also auch nicht ZM oder so. Aber wirklich mit 1,66 Hochmittel. Wäre wahrscheinlich nicht so ganz mein Ding. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das hier groß anders geht. Also es muss ja einer von Stuttgart sein. Ja, da gibt es aber vielleicht schon noch ein paar andere Kanten, die vielleicht eher hinten bleiben. Weiß ich jetzt nicht genau. Ansonsten, hier hat er noch Fagner rumliegen. Der war im anderen Team auch nicht. Wallisten hat er hier noch. Vielleicht hat er irgendwo noch ein Brasilianer-Team. Aber das sehen wir halt nicht. Weil es wahrscheinlich nicht fertiggestellt ist. So, das war der erste. Der Enzo QW. Und dann kommt jetzt der Dominik, 25, 96, 7. Young Boys FC. Und er hat nur noch ein Fitness-Team. Ja, wie gesagt, das kann jetzt öfter mal passieren natürlich. Und das ist ein Bundesliga-Fitness-Team mit Kuba, Elia, Gustavo, Bender, Thiego, Martinez, Sokrates, Naldo, Schmelzer, Rafinha und Weidenfeller. Ja, da müssen wir jetzt gar nicht so viel zu sagen. Das ist ein solides Fitness-Team. Das heißt, es ist sehr günstig. Und ich denke mal, dass es sich auch ordentlich spielen wird. Dazu haben wir dann hier eine Quote bei, ach so, bei Manzukic von 4,3. Bei Thiego von 4,1,2. So, Elia noch 4,1,1. Und Kuba hat 3,0,0. Ja, wie gesagt, da kann ich jetzt nicht allzu viel zu sagen. Ist halt, wie der Name schon sagt, so ein Fitness-Team. So ein Team of the Year, Übergangsteam, wie man es auch immer nennen mag. Und ja, kann man halt nicht viel falsch machen. Ich meine, ob ich jetzt noch Jansen links verteidige oder so vorschlage, das ist, denke ich mal, den Leuten selber auch klar. Deswegen sage ich da jetzt nicht so viel zu. Der nächste wäre FifaSkiller98. Der hat AAA, BPL Benze, Ibra Bitsch oder Ibra Bitsch. Ich glaube, Bitsch darf man nicht ausschreiben. Machen wir einfach mal Ibra Bitsch als erstes. Und da ist der Ibra. Da haben wir den lieben Herrn Ibrahimovic. Und der liebe Ibra Ibrahimovic hat eine Quote von 26 Spielen, 31 Toren und 3 Vorlagen. Daneben steht Menes. Ein Spiel gerade erst gemacht. Ronaldinho auch erst ein Spiel gemacht. Also anscheinend ein bisschen frischer, ja. Anscheinend ist dieses Team um ihn herum erst gerade entstanden. Ja, die haben alle erst ein Spiel. Ich gucke gerade. Ja, die haben ja hier perfekten Link. Deswegen hat er auch volle Chemie. Ja, haben alle volle Chemie hier, ne. Ja, auch der. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, Rosine ist das. Der habe ich auch so oft gespielt eigentlich. Aber in FIFA 14 glaube ich noch überhaupt nicht. Sieht immer noch so aus wie seit FIFA 12. Also in FIFA 12 Zeiten. Also von den Werten her. Jetzt nicht vom Bild. Aber von Werten her immer so im 85, 86er Pace Bereich. Beziehungsweise hatte er nicht sogar immer 86 Pace. Dazu hoch, hoch. Workrates. Das war halt immer so irgendwie der silberne Ramirez sozusagen. Er ist immer ziemlich über den Platz gefegt. Ansonsten, was haben wir hier noch? Ja, prinzipiell. Kann man es eigentlich nur durch Thiago Silva hier zum Beispiel verbessern. Und ja, ich denke mal, wenn du Ibra dir leisten kannst, passt Thiago Silva eigentlich auch ins Budget. Und Thiago Silva ist schon stärker als Marquinhos. Nicht nur von Werten her. Also ich fand ihn auch im Spiel stärker. Das muss natürlich jeder selber entscheiden. Ansonsten, rechtes Mittelfeld. Franzose Ben Afer passt. Kabul ist auch ein starker. Paulinho. Ja, da würde ich vielleicht. Ja, muss ich überlegen. Nee, er braucht ja einen guten Link, um den Deadlink da wettzumachen. Hm. Ja, cool. Okay, da ist Paulinho dann eigentlich schon ganz okay. Mir wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu offensiv. Wieder mal. Weil irgendwie... Ja, ich bin Workrate-Fetischist. Ich weiß, aber... Ich werde bei solchen Mittelfeldern... Bei so einem Mittelfeld werde ich immer überrannt. Jetzt hier mit hoch, hoch Workrates. Daneben mit hoch, mittel Workrates sogar nur. Was hat Zuman eigentlich? Der Kurt hat Mittel-Mittel. Er auch Mittel-Mittel. Und er, glaube ich, auch Mittel-Mittel. Yo, alle Mittel-Mittel. Und im Tor noch Rafje. Der ist halt, wie gesagt, so ein bisschen die Chemie-Bitch. Weil er muss halt dem Herrn Zuma den perfekten Link geben. Ja, sieht ganz hübsch aus, das Team auf jeden Fall. Und ist auch ziemlich unterbewertet. Guckt euch das mal an, das Rating. 73, 70, 68. Da erwartest du natürlich keinen Ibra. So, dann hätten wir hier noch AAAA. Mal gucken, was AAAA ist. Da hätten wir ein Bundesliga-Team. Und zwar mit Ivan Perisic. 82 Spiele schon gemacht. Okay. 20 Tore, 21 Vorlagen. Dann hätten wir noch mal Sukic. 2 Tore, 2 Spiele, 2 Tore. So rum. Und Draxler auch. 82 Spiele, 37 Tore, 20 Vorlagen. Und noch hier auf der anderen Seite. Verfahren 11 Tore, äh, 11 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen. Dazu kommt dann noch Boateng und Gustavo im ZDM. Ein etwas offensiveren, ein defensiveren. Dann OP-Verteidigung mit Boateng und Santana. Rechts Rafinha, links Jansen. Und im Tor noch Ulreich. Joa, kann man nichts gegen sagen. Ist, denke ich, aber auch sowas in die Richtung Fitness-Team. Obwohl, ja, okay, doch, kann trotzdem Fitness-Team sein. Auch wenn er natürlich mit diesen Spielern hier schon ziemlich viele Gespiele gemacht hat. Aber man muss halt einfach sagen, sie sind auch einfach sehr stark. Äh, das ist halt, sieht man bei unserem Premier-League-Team Non-Rare. Das spielt sich so unglaublich stark. Und ja, dann behält man es halt einfach mal. So, und dann hätten wir noch das letzte Team. Und das wäre Premier-League-Bense. Also vielleicht sowas Spanisch-Liga mit der Premier-League. Ne, das ist das gute alte Team, was einige haben. Joa, da muss ich, denke ich, mal nicht so viel drüber sagen. Das hatten wir im letzten Video schon zweimal. So, deswegen gehen wir jetzt auf den nächsten. Und der hat keine gültige Mannschaft, schade. Dann gehen wir halt auf den Hilf-Finger. 1975, Silber-Tiki-Tak, Cheap-OP-Serie A. Ja, gut. Hat er zwei Teams. Dann gucken wir uns erstmal das Silber-Tiki-Tak-Team an. Und da hätten wir, das ist komplett, nee, nicht ganz komplett. Ich dachte, das wären alle von Salzburg. Aber hier ist noch was von Rapid. Und was ist denn das hier nochmal? Ach genau, Austria. Sorry. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher beim Wappen. Da hätten wir vorne erstmal den Herrn Alain. Der hat ja auch einen Inform. 19 Spiele, 12 Tore, 7 Vorlagen. Rechts ist Kampel. 14 Spiele, 8 Tore, 4 Vorlagen. Und links ist Mané. Der hat 14 Spiele, 7 Tore, 7 Vorlagen. Dann Hofmann, Steffen Hofmann hier im Mittelfeld. 14 Spiele, 4 Tore, 6 Vorlagen. Dann in der Mitte, Lightgap. Der hat 14 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen. Mittel, Mittel hat der. Der hat auch Mittel, Mittel. Und der hier hat Hochmittel. Der Berisha oder sowas in die Richtung. 19 Spiele, 2 Tore und eine Vorlage. Und in der linken Verteidigung steht Suttner. Innenverteidigung Schiemer. Was hat denn der eigentlich für Werte? 67, 83, 1,85. Okay. Aber Mittel hoch. Und Forza. Ach ja, den gibt es ja auch noch, den Jungen. 1,92 groß, gering, Mittelworkrate. Relativ ordentliche Werte. Ganz guten Pace. Ja, das Defending könnte ein bisschen höher sein. Aber dafür einen guten Kopfball. Also der Forza, der sieht gar nicht immer so schlecht aus. Vor allem auch für einen 70er. Das muss man halt auch immer bedenken. Rechtsverteidiger ist der Florian Klein. Und im Tor steht dann noch Lindner. Der Heinz Lindner. Ja. Tiki Taka. Weiß ich nicht warum. Habe ich jetzt eher sowas in Brasilianer oder sowas gedacht. Weil ich glaube, die sind jetzt auch nicht alle so dribblingstark, oder? Doch, Kampel auf jeden Fall. Der ist richtig dribblingstark. Dribbelstark. Alain geht. Manet geht auch. Ja, doch. Der Hofmann hier ist auch dribbbelstark. Light Gap auch. Und er hier auch. Ja, doch. Eigentlich alle bis auf die beiden hier. Ziemlich gute Werte. Also für Silber ist über 80 auf jeden Fall ganz ordentlich. Da kann man mal überhaupt nichts gegen sagen. Hübsch, hübsch. So, jetzt gucken wir uns noch Schieb OP Serie A an. Und da hätten wir... Ah, Ibarbo und Martinez vorne. Dazu kommt dann noch Muriel und Pogba. Und hinten dann De Rossi und Guarin im ZDM. In der Innenverteidigung steht dann Ogbonna, Juan, rechts Maikon, links Konstor. Und dann noch im Tor Marquetti. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das Team OP ist. Ibarbo 42 Spiele, 34 Tore, 22 Vorlagen. Martinez, 146 Spiele, Alter. Und 167 Tore. Und dazu noch 61 Vorlagen. Scheint ziemlich abzugehen, der Junge. Muriel gucken wir uns auch noch an. 42 Spiele, 13 Tore, 10 Vorlagen. Und auf der anderen Seite Pogba, 42 Spiele, 16 Tore, 13 Vorlagen. Sieht ganz gut aus, das Team. Hat auch keinen Deadlink. Obwohl er natürlich einen aus der anderen Liga dabei hat. Den hat er halt einfach mit Kolumbianern eingebaut. Und ja, muss ich sagen, sieht ganz hübsch aus, das Team. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es gut abgehen wird. Weil die beiden Jungs da vorne, die sind schon relativ stark. Martinez müssen wir sowieso nochmal ein eigenes Team für machen. Wir hatten ihn ja einmal in Wir-Testen-Formation. Oder hatten wir sogar zweimal. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall lief es ja nicht ganz so prickelnd. Deswegen vielleicht nochmal ein Team mit ihm machen. Dann der Donzai, der hat auch keine gültige Mannschaft. FIFA-Skiller, ja, das gucke ich mir aber nicht an. Tut mir leid, aber so ein Team mit 72 Chemie, das gucke ich mir da nicht an. Der Dani 23041982, FSV Zwickau und FSV Zwickau 2. Da gucken wir uns erstmal das erste Team an. Und im ersten Team hätten wir auf jeden Fall schon mal Neymar ohne volle Chemie. Eto'o haben wir hier vorne stehen mit 241 Spiele, 183 Tore und 81 Vorlagen. Dazu kommt Neymar mit 69 Spielen, 43 Toren und 35 Vorlagen. Dann rechtes Mittelfeld, Lukas, 49 Spiele, 14 Tore und 14 Vorlagen. Linkes Mittelfeld, Hazard, 148 Spiele, 49 Tore und 39 Vorlagen. Und Fernandinho in Form, 50 Spiele, 19 Tore und 13 Vorlagen. Ja, achso, hier noch Dani Alves. Weiß nicht, wieso der hier so eingebaut ist. Achso, da hat er irgendwie anscheinend mal die Spieler vertauscht. Das gehört natürlich eigentlich andersrum. Da passt das nämlich auch mit der Chemie wieder. Keine Ahnung, warum er das jetzt gerade so stehen hat. Aber ist halt gerade so. Ja, wie gesagt, das ganze Team hat volle Chemie, weil es halt nur Premier League ist. Und halt Dani Alves und Neymar. Nur halt Neymar hat keine volle Chemie, weil die Brasilianer Links ja leider nicht mehr mehr bringen als ein normaler Link. Warum auch immer, das ist total behindert, dass sie das geändert haben. Aber naja, ist halt so. Ansonsten ein hübsches Team, denkt man, dass sich das relativ gut spielen lässt. Achso, ich habe jetzt noch... Oh, nee. Okay, so, ich gehe nochmal ganz kurz drauf. Ich habe jetzt gar nichts zu der Abwehr gesagt. Er hat nämlich noch hier Ramirez stehen, Company und David Lewis. Und hinten im Tor noch Joe Hart. Ja, kann man eigentlich nichts gegen die Jungs sagen hier. Das wäre ja dann so die Abwehrseite, wie wir sie auch im Ibra-Team haben. Mit Ibra und Ronaldo. Da mit Dani Alves und David Lewis. Ja, wenn man mit klarkommt, ist hier immer alles gut. So, dann gucken wir uns noch FSV Zwickau Nummer 2 an. Und da hätten wir wieder ein Premier League Team. Und zwar diesmal mit Torres, 109 Spiele, 90 Tore, 42 Vorlagen. Nick Gredo, 122 Spiele, 112 Tore und 58 Vorlagen. Und noch Nasri dahinter mit 27 Spielen, 15 Toren und 15 Vorlagen. Linkes Mittelfeld, Willian, 26 Spiele, 7 Tore, 7 Vorlagen. Rechtes Mittelfeld, Lamela mit 11 Spielen, 4 Toren und 6 Vorlagen. Und ZDM ist der lieber Herr TOT. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt die Statistik so wichtig. Linksverteidiger Kohl, Rechtsverteidiger ist der Herr Walker. Und dann haben wir noch in der Innenverteidigung Kabul, Koschelny und im Tor den Herrn Tschech. Sieht auch ganz ordentlich aus, das Team. Kann ich mir mal gut vorstellen, dass sich ordentlich spielt. Die Jungs passen eigentlich alle relativ gut auf ihre Positionen. Wenn es Geld halt stimmen würde, dann vielleicht hier noch Tore rein. Aber ansonsten, ich meine die Jungs hier vorne haben auch ordentliche Quoten. Und deswegen geht das, denke ich mal, alles klar. Innenverteidiger hat da eigentlich auch die OP-sten, die es in der Liga gibt, alle benutzt. Das heißt, Kompany, David Lewis, Kabul, Koschelny. Ja, Koschelny kann man sich streiten. Da sind dann andere dafür, dass irgendwer anders besser ist. Aber die Top 3 finde ich schon. Kompany, David Lewis und Kabul. So, dann sind wir hier beim Dani 23041982 auch durch. Und dann kommt jetzt Flo The Beast. Das ist nicht the best. The Monster, Jonas, Kidding oder sowas. Jonas, Kidding. Okay, zwei Teams. Gucken wir erstmal dieses Kidding oder Kidding oder was weiß ich an. Und da haben wir ein französisches Liga-Team. Alles non-rare bis auf Gorkyf oder ne, das Grenier. Sorry. Vorne im Sturm Kalou. Acht, äh, nee. Drei Spiele, ein Tor und eine Vorlage. Dahinter, wie gesagt, Grenier, nicht Gorkyf. Und der hat drei Spiele, zwei, äh, ja, doch. Drei Spiele, zwei Tore und drei Vorlagen. Links ist dann, ja, Bodak. Ich kann das nicht aussprechen, keine Ahnung. Eine Torvorlage auf jeden Fall in drei Spielen. Hier haben wir Saivet oder Saivet oder sowas. Drei Spiele, ein Tor. Dann haben wir Mavuba. Drei Spiele, ein Tor. Und noch Gonallon. Der ist übrigens übel stark gewesen. Den habe ich auch mal gespielt. Den fand ich richtig mies. Also mies stark. Sehr stark sogar. Und dann haben wir noch die Innenverteidigung mit Kana, Biik und Kier. Rechtsverteidiger Aurier. Und Linksverteidiger Bedimo. Und im Tor, Inyama. Joa, ist ein günstiges League Team. Ich denke mal, so um die 4.000 würde das kosten, mehr nicht. Und deswegen passt das schon. Oh, ich muss mal hier lautlos waren, tut mir leid. So, lautlos gemacht. Auch wenn wir uns dem Ende des Videos zuneigen. So, dann gucken wir uns nochmal das nächste Team an, nämlich Jonas. Ich glaube, das ist auch ein Non-Rare Team. Und das ist auch ein Non-Rare Team. Und zwar ist es... Das gleiche Team, bis auf den Torwart und den Linksverteidiger, was wir gespielt haben. Das heißt, vorne steht Corne, De Bruyne im ZOM, links Jarvis, rechts Anatovic, Rotwell und Zonzi im ZDM. Distorn, Reed in der Innenverteidigung, rechts Kelly, links Santon, wie gesagt. Und hinten dann Brad... Ne, das ist ja gar nicht Friedl. Friedl ist, glaube ich, sogar glänzend. Und spielt auch nicht bei Villa. Das ist Guzan. Aber der sieht ein bisschen ähnlich aus. Da müsst ihr mir schon mal zustimmen. Und ist auch ein Amerikaner. So, gucken wir uns nochmal ganz kurz die Quoten an. Das haben wir... Doch, im anderen Team haben wir es gemacht. Corne, fünf Spiele, fünf Tore, eine Vorlage. De Bruyne, fünf Spiele, sieben Tore, drei Vorlagen. Jarvis, fünf Spiele, ein Tor, drei Vorlagen. Und dann Nautovic, fünf Spiele, drei Tore Vorlagen. Scheint also bei ihm auch ganz gut zu laufen, das Team. So, dann hätten wir noch als letztes wahrscheinlich den Herrn CLS oder CLSK Illuminati 0-2. Yuka Bonito, Sil wird bald. Rocco. Ja, okay. Komm, die gehen wir nochmal ganz kurz durch. Wenn das jetzt hier ein Team ist... Ne, gut. Sorry, aber... Ja, das ist zwar ein Team, aber ich habe keine Ahnung von. Wir können nochmal ganz kurz angucken. Aber wie gesagt, ich habe halt null Ahnung davon. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das überhaupt ein Team war. Ne, gut. Das gucke ich mir sowieso nicht an, weil... Äh, da ist die Hälfte ja tot. Die haben ja alle keine volle Chemie. Was heißt alle jetzt nicht unbedingt, aber ein paar. Und deswegen lassen wir das mal. Oder hat er das 100 Chemie, das Team? Ne, ne. 81, okay. Wird bald, hat 100 Chemie. Deswegen, das können wir uns mal angucken. Und das wäre... Hat der auch volle Chemie? Ne. Also, schau mal, der Labiar hat schon mal keine volle Chemie. Aber das ist, glaube ich, auch der Einzige. Ansonsten haben alle volle Chemie. Nur Labiar nicht. Er hier, doch, hat er natürlich. Ich habe hier oben den Link mal nicht so ganz beachtet. Und natürlich hat er auch volle Chemie. Sorry dafür. So, Freddy Montero hat 13 Spiele, 7 Tore und 2 Vorlagen. Assaidi hat 13 Spiele, 3 Tore, 1 Vorlage. Jeff Rohn hat 13 Spiele, 3 Tore, 5 Vorlagen. Und Labiar hat 13 Spiele, 6 Tore, 1 Vorlage. Und dann noch Enzonzi und Fernando im ZDM. Mangala und Cahill in der Innenverteidigung. Links Baines, rechts Danilo. Und im Tor noch Tschech. Kleines Hybrid. Gefällt mir ganz gut. Sollte auch nicht allzu teuer sein. Beziehungsweise eigentlich gar nicht teuer. Ich glaube, kein Spieler davon kostet jetzt ordentlich Kohle. Können wir ja mal ganz kurz gucken. Er kostet 4,5. Beziehungsweise hat er für 4,5 gekauft. Jeff Rohn hat 1.900 gekostet. Und ja, die anderen kosten auf keinen Fall viel. Er jetzt hier vielleicht noch mit 8,7. Aber ansonsten, die anderen sind günstig. Okay. Und dann haben wir noch das letzte Team. Rocco. Und Rocco ist... War Rocco wahrscheinlich. Ne. Irgendwas anderes. Nämlich auch ein Hybrid. Aus der Bundesliga. Der Ligue 1. Und der spanischen Liga. Und da hätten wir Perisic. 14 Spiele, 10 Tore, 1 Vorlage. Cavani. 14 Spiele, 8 Tore, 1 Vorlage. Lukas. 14 Spiele, 0 Tore, 6 Vorlagen. Hernanes. 14 Spiele, 1 Vorlage. Gustavo. 14 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen. Und Modric. 14 Spiele, 3 Tore, 3 Vorlagen. Und dann haben wir hinten noch links Eliseu. In Verteidigung mit Naldo und Pepe. Und rechts Konko. Und dann hinten im Tor noch Diego Alves. Joa, das ist ein Hybrid. Wo alle... Ich guck nochmal. Aber da bekommen... Ne, doch. Klar. Auch alle volle Chemie. Weil Naldo und Gustavo haben perfekten Link. Dadurch werden seine zwei toten Links von Naldo. Und auch von hier dem Herrn Gustavo wieder ausgeglichen. Joa, sieht ganz hübsch aus das Team. So, und das war auch glaube ich das letzte von ihm. Mal gucken. Wenn der letzte jetzt hier nur ein Team hat. Ne. Er hat zwei Teams. Okay, komm. Die beiden Teams noch. Dann sind wir mal wirklich durch. Und zwar vom... Ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Komm, ich sag jetzt nochmal seinen Namen. David Alaba, 27. Yoga Bonito auch bei ihm. Okay. So, und da hätten wir Sturridge, Kagawa, Nasri, Rooney, Fellaini, Ramirez, David Luiz, Kuschelny, Walker, Klischee und Tschech. Schauen wir uns ganz kurz die Quote an von Sturridge. 23 Spiele, 20 Tore, 10 Vorlagen. Kagawa, 9 Spiele, 3 Vorlagen. 0 Tore. Nasri, 27 Spiele, 8 Tore, 6 Vorlagen. Und Rooney mit 21 Spielen, 16 Toren und 8 Vorlagen. Joa, Team gefällt mir ganz gut. Ich glaub, damit würd ich sogar einigermaßen zurechtkommen. Jetzt hier am liebsten natürlich noch so ein Tore, aber ansonsten passt das eigentlich relativ gut. Ja, doch. Müsste eigentlich klar gehen. Das wär sein erstes Team. Und dann hätten wir noch das zweite Team, Win or Lose. Ich denke mal, das ist so ein bisschen Fitness-Team-like, weil es auch ein bisschen schlechter bewertet ist. Und da hätten wir ein Bundesliga-Team. Ein goldenes mit einem Silberling. Und zwar dem Herrn Esswein da vorne. Und der Esswein hat 29 Spiele, 17 Tore und 9 Vorlagen. Aubameyang, 29 Spiele, 20 Tore, 8 Vorlagen. Und Shaqiri, 22 Spiele, 13 Tore und 6 Vorlagen. Dann in der Mitte haben wir Draxler, Boateng und Gustavo. Joa, ist relativ ausgeglichen. So einen, der nur für nach hinten ist. Dann so einen, der schon eigentlich fast nur für nach vorne ist. Und einen, der so beides kann. Also ist jetzt eigentlich nicht schlecht ausgelotet. Ich würde wahrscheinlich trotzdem nicht mit klarkommen. Alleine schon, weil es Bundesliga ist. Aber ich sag's nur. So, dann noch Alaba, Piszczek. Natürlich die zwei besten Außenverteidiger in der Bundesliga. Meiner Meinung nach. Manche mögen vielleicht Lahm mehr auf der Position. Ich persönlich jetzt nicht. In der Verteidigung mit Boateng und Santana natürlich prinzipiell relativ OP. Aber auch diese beiden Jungs konnte ich nicht so ganz gut zusammen spielen. Und dann noch Neuer im Tor. Ja, wird wahrscheinlich der Beste in der Bundesliga sein. Vielleicht mit Adler. Ich hab nämlich auch gehört, Adler soll relativ gut abgehen. Da kann ich nichts zu sagen. Ich hab zwar Adler, glaub ich, auch mal gespielt. Aber nicht sonderlich lange. So, das wär's jetzt aber gewesen. Wir sind durch für diese Teambewertung. Und ja, ich würde sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und ja, vielleicht nochmal ganz kurz, bevor ich jetzt hier meinen Schlusssatz zu Ende spreche. Die normalen Teambewertungen, das heißt auch über die Links und alles. Die werden nach dem Team of the Year wieder losgehen. Das heißt, da mach ich nochmal ein Ankündigungsvideo. Dann könnt ihr alle eure Links wieder auspacken. Und dann bewerte ich die Links. Dann machen wir zum Beispiel so pro Woche 10, 15 Links oder so. Mal gucken, wie viel ich packe. Und dann müsste jeder dann auch irgendwann mal drangekommen sein. So, das war's jetzt aber wirklich. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut. Ciao. Ciao.